Servus Leute, am Hauptbahnhof bzw. am Busbahnhof, da geht es ja ganz schön ab in Nürnberg. Zeit Stunden gesperrt und Autofahrer werden umgeleitet, weil entweder irgendwelche Trittbrettfahrer mal wieder meint haben, sie müssen sich einen schlechten Schatz erlauben oder weil irgendeiner Supply, der so seinen Koffer vergessen hat. Oder, was wir mal nicht hoffen, weil da irgendwas drin sein könnte, was uns vielleicht nicht so gefällt. So, dann habe ich noch gehört aus einer zuverlässigen Quelle, dass vom Flughafen in Richtung irgendwo ein paar Transporter von die Cops unterwegs sind, und haben Vollpanzerung dabei, also so richtig schön Westenschild und MPs und der kleine Mann regt sich auch schon drüber auf. Ja, so ist das, wenn man hier groß wird. Aber, wir haben es ja nicht anders gewollt, wir haben ja gesagt, gebt Gas, macht mit uns was ihr wollt. Dem Ami sei Dank und dem Merkel auch, schöne Grüße an meine Zuschauer und sobald es was Neues gibt, sage ich euch Bescheid. Servus!